Musik Freunde, einen wunderschönen guten Tag Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mari64 Beyond the Cursed Mirror Schön, dass ihr da seid Ich bin aktuell vom Hüi-Schnupfen verschont Und das ist sehr angenehm Und das wollte ich direkt damit zelebrieren, Freunde Dass sie eine neue Folge Mario 64 aufnehmen Denn tatsächlich, das Aufnehmen fällt mir nicht so leicht im Sommer Gerade wenn man unter sehr krassen Häuschnupfen leidet Und dann permanent eine volle und laufende Nase hat Und permanent niesen muss Das ist für Videoaufnahmen nicht so baba, muss ich zugeben Aber heute ist ein Tag Beziehungsweise gerade ist eine Phase In der ich mich zumindest ganz gut fühle, was das Aufnehmen angeht Und, oh shit, da wollte ich nicht hin, glaube ich Ich glaube, da bin ich überhaupt falsch Und deswegen sind wir hier Wir wollen heute diese Welt hier abschließen Und die aktuelle Mission heißt Frantic Rocket Rings Das hat natürlich, Freunde Das hat natürlich etwas mit der lila Box zu tun Die wir jetzt beim letzten Mal freigeschaltet haben In den Tromp Towers Ähm Womit wir von A nach B fliegen können Das ist quasi eine Eine verbesserte Wing Cap Eine Wing Cap mit Raketenantrieb sozusagen Und damit können wir in den passenden Welten In denen diese lila Box zur Verfügung steht Äh, tatsächlich ziemlich crazy Stuff schaffen Und, äh, dementsprechend wollen wir jetzt heute mal Das ist so ultra hohe Äh, dementsprechend wollen wir jetzt heute mal gucken, ne Was damit möglich ist, Freunde Na, denn, äh, theoretisch gibt es hier in dieser Welt Noch, äh, zwei Ja, sehr schön Noch zwei Sterne Und, äh, mal sehen, was hier abgeht Und als erstes werde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich Warte mal, was ist da oben? Ah Okay Hier ist die Ringmission Let's go So Aber wo spawnen die? Okay, der zeigt in die Richtung Schauen wir mal Ah, okay Oh, shit Jetzt zeigt er in die andere Richtung Oh, shit Okay, das wird absolut nichts, Freunde Aber wir suchen mal die weiteren Ringe Äh, da ist auch ein Bossfight Okay, das ist schon mal gut zu wissen Oh mein Gott Ich bin echt gespannt, wie das zeitlich möglich ist, ne Da bin ich, äh, sehr gespannt Ich meine, wir müssen hier quasi einfach wirklich von, von Hügel zu Hügel fliegen Jetzt die Zeit abgelaufen Alles klar Das kann ja mal was werden, Freunde Das kann ja mal was werden Und das war's auch schon wieder Äh, ja Ich, 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 äh, probiere das nochmal So, Freunde Neuer Versuch Dann wollen wir mal schauen Ob wir das Ganze jetzt Ein bisschen Besser hinbekommen Denn jetzt wissen wir ganz genau, wo wir lang müssen Meine Zorge ist tatsächlich nur Dass wir, äh Äh, das vielleicht nicht mit dem nötigen Sprit schaffen, ne Also das ist vielleicht irgendwann tatsächlich die Die Flugfähigkeit flöten geht Aber wir schauen mal Zehn Sekunden sind noch unten auf der Uhr Das müsste eigentlich gut machbar sein Fünf Vier Drei Zwei Let's go Okay Good stuff Der Stern spawnt da oben Und jetzt müssen wir Richtig Wieder hier hin Jawollo Okay, der Kurs endet genau da, wo es wieder weiter geht Sehr schön Und dann können wir hier das Ganze beenden Wunderbar Das ist der vorletzte Stern Aus der Savanne Und dann können wir jetzt gleich noch den Bosskampf mitnehmen Was auch immer da auf uns wartet Ich vermute mal irgendwie, dass es irgendwas Dino ähnliches sein wird Würde ich mal stark vermuten, ne Und dann hätten wir auch die Savanne abgeschlossen Und dann sind wir wieder komplett Der Todespocki, ach du Scheiße Dann sind wir wieder komplett up to date Was die Sterne in allen Welten angeht Und, äh Ja Dann können wir oben im ersten Stock Beziehungsweise Das ist ja eher nicht mehr als der erste Stock Ich weiß nicht mal genau, was das ist Zumindest, äh Da, wo man durchs Teleskop guckt Können wir dann, ähm Eine neue Welt betreten Und diese komplett abschließen Da bin ich sehr gespannt So Dann lösen wir hier rüber Das ist definitiv die Arena Da bin ich jetzt ja mal sehr gespannt, Geist Was der Todespocki hier Für uns zu bieten hat Du fühlst Vibrationen aus der Tiefe Wow Der Todespocki ist erwacht Das sieht aus wie ein UFO Bruder What the hell Ich drücke jetzt auf den Knopf Okay, das ist kein Knopf Äh, oder doch Ne, auch nicht Warte, muss ich den da drauf lenken? Ist das irgendwie so eine Art Mine? Das ist eine Art Mine Okay, ich muss den da hinlenken So, und jetzt habe ich ihn getroffen Und jetzt? Ist das wieder irgendwas passiert? Also hier explodiert manchmal was? Ähm Ach nee, das ist, wenn ich hier einen Hechtsprung mache Ich verstehe Hä? Ah lol Ich sehe es jetzt erst Der verfolgt mich über die komplette Stage Wow Der hat mich aus der Luft gefo- Digga Der hat mich einfach aus der Luft ge-heated Oh mein Gott Der verfolgt uns über die ganze Map Hä, aber habe ich hier unendlich Unendlich Flug Äh, Treibstoff Das scheint fast so, ne Das scheint tatsächlich fast so So, äh Einmal hier bitte Ja, aber da ist der Gegentreffer Sehr schön So, jetzt brauche ich aber hier dringend Meine Liebe Äh Okay, Friends Dann wollen wir doch mal gucken, ne Ob unser zweiter Anlauf ein bisschen besser funktioniert Ähm Wie gesagt, die Bosskämpfe in dem Game Sind natürlich immer krass programmiert Ohne Frage Bloß die fühlen sich manchmal einfach sehr, sehr Ja, ne So sloppy an Aber das ist natürlich auch einfach dem geschuldet Dass das Game, äh Ja Mittlerweile, ich weiß es nicht Äh 25 Jahre oder so auf dem Buckel hat Und dass hier natürlich alles custom programmiert ist Sehr schön Da ist der nächste Treffer Und es natürlich einfach nur massiv beeindruckend ist Was hier überhaupt möglich ist, ne Also das hier mit einem Raketenantrieb Vor einem riesigen Metall Pocky flüchten, ne Also Das muss man auch mal appreciaten Dementsprechend will ich hier gar nicht so viel So viel motzen, ne So, aber wenn man genau weiß Wo man hin muss Äh Dann kann man hier auf jeden Fall Äh Gezielter, sag ich mal Den Pocky an gewisse Orte bringen Das Ding ist, wir müssen jetzt Äh Die letzte Mine finden Bei der ich tatsächlich keinen Schimmer hab Wo die sich befindet Ich blöse mal hier ganz nach oben Das kann ich mir vielleicht auch vorstellen Bei dem Stern hier Ne, auch nicht Wo ist das, Freunde? Wo ist die letzte Mine? Aua Boah, wie der eine aus der Luft geht Das ist so ätzend, Mann Warte mal, hier Erstmal hier die Die Fünfermünze mitnehmen Genau, damit es wieder gut geht Warte mal, wenn ich jetzt hier Pause drücke Oh, wie der eine aus der Luft geht, Digga Nicht gleich wieder Game Over Man muss halt irgendwie diese Minen finden Aber man hat gar keine Zeit Irgendwie so wirklich zu erkunden Das ist so Ich weiß es noch nicht, Freunde Dass ich Ich weiß noch nicht, wie ich diesen Kampf hier schaffen soll Aber Wir geben mal weiter unser Bestes So, aufpassen Bro Der hat mich komplett getötet Hä? Ich hab eine Fünfermünze einges... Okay Okay, Freunde Ich glaub, jetzt seh ich alle Man sieht tatsächlich von der Stage aus alle Ich weiß nicht, welche Mine ich nicht hatte Ich glaube, es war diese hier So, aber hier ist eine Dann da vorne um die Ecke Also ich hab alle gesehen Man hat tatsächlich von der Boss-Stage alle gesehen Äh Find's trotzdem ein bisschen weird irgendwie Na, dass du die halt irgendwie suchen musst Während der dich jagt Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen weird an Das hab ich, glaub ich, einübersehen Jetzt flieg ich direkt zur letzten, zu der ich eigentlich wollte Na Aber ey, trotzdem Trotzdem krass Na, trotzdem krass Man muss hier einfach mal appreciate, ne Bro, der Half-Life mich Also jetzt mal ernsthaft Jetzt mal ernsthaft Was macht denn der für'n Schaden? Das ist ja übertrieben unfair Der zieht aber einfach die Hälfte der Leben ab So, hä? Bro Wo ist das fair, Mann? So, okay Der bohrt sich jetzt hier rein Jawoll Und wir haben den Besieg Haha, Alter Dass sowas im Mario-Findex nicht möglich ist Das ist so krass, Mann Ein riesiges Metall-Onyx So fühlt sich das an Yes We did it Sehr schön Also die ganzen Bosskämpfe in dem Spiel Fühlen sich alle immer so ein bisschen so Unrund an Aber noch nicht so Triggernd Nervig unrund Sondern einfach so ein bisschen so Okay Ist jetzt irgendwie nicht das Gelbe vom Ei Aber funktioniert irgendwie Ne? So in die Richtung Und es ist halt wie gesagt Es ist einfach fricking Mario 64 Das darf man Das darf man nie vergessen Bei all seiner Kritik Aber die Kamera an manchen Punkten Die ist Die darf man kritisieren Weil die haben wir schon deutlich besser gesehen Aber er wollte auf jeden Fall darauf verzichten Dass die Kamera durch Wände klippen kann Und deswegen fühlt sich die manchmal ein bisschen komisch an Alles klar So, Freunde Gehen wir hier hoch Und Machen wir hier In dieser Welt weiter Wo wir jetzt erstmal hier Ganz skurril Gleise nach oben marschieren müssen Yes Let's go Und das ist eine Canyon Welt Und an die erinnere ich mich sogar An der Cowboy Canyon Eye out For tumbling boulders Ja Hier müssen wir auf 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 Felsen aufpassen Und ich weiß grob was hier abgeht Oh mein Gott Sollen wir Insel mit einem Bossfight starten Komm was soll's Was soll's Wenn wir schon mal hier sind Okay Warte mal Muss ich den boxen Ach nee Ich muss den quasi einfach nur Auf die Pelle rücken Okay Das ist quasi einfach nur eine Verfolgungs Ja Genau Das ist einfach quasi nur eine Verfolgungsjagd Okay Aber irgendwie Nehme ich nicht wirklich Schaden Okay So Okay Der Kampf war ultra weird Weil irgendwie sollte ich doch eigentlich Schaden durch die Stacheln bekommen Aber irgendwie habe ich keinen Schaden bekommen Also trotz Orden sollte ich Schaden bekommen Vollkommen egal Ich nehme den Eternal Star Ne Foreign Star So heißt er Den Foreign Star Sehr gerne mit Und damit haben wir schon den The Great Train Robbery Der Zugraub Ja ne Damit haben wir den Den Wild West Den Den Western Gangster Schon zur Strecke gebracht Wunderschön So Und dann würde ich vorschlagen Gehen wir doch in der Welt jetzt direkt Auf die 100 Münzen Ne So Was soll ist Da vorne sehe ich auch schon Einen Felsen Wie komme ich hier wieder hoch übrigens So Sehr gut Alles klar Und dann schauen wir einfach mal was abgeht So hier Warte mal Die muss ich Den muss ich geben Ja Hier sind nämlich die Gegner Die wie ihr schon gesehen habt Offensichtlich mit Pistolen auf uns schießen Ah Okay Und die hier sind komplett auf diesen Auf den Schienen Da warte ich jetzt aber gleich bis die Lore nochmal vorbei düst Ja Und dann mache ich das nämlich jetzt zu Fuß Bevor die nächste Lore kommt Jawollo Boah nein Okay Die Lore hätte mich einfach fast getötet Aber Alles gut Na Läuft doch schon mal gar nicht schlecht Sonst muss ich nur wieder zurück aufs Festland Also ich nenne es mal Festland Und dann passt das Das ist Die vorletzte Welt glaube ich Aus meinem ursprünglichen Stream Die ich noch kenne Freunde Hiernach Wird das Game dann komplett blind für mich Das wird auch sehr interessant Da drüben ist der Geldbeutel Sehr schön Warte mal Was musste ich drücken Um gerade auszufliegen Genau Einfach den A-Knopf Freunde Der nächste Geldbeutel So muss das Okay Da vorne sind auf jeden Fall die Die Felsen Das ist auf jeden Fall der Stern den ich eigentlich Jetzt machen müsste Aber ich habe gerade sehr sehr viel Spaß Mit meinem Kanonen-Hen hier rum zu düsen Deswegen will ich erstmal hier alles einsammeln Ja Hier sind auch einige Fünfer Münzen Sehr schön Dich nehme ich mit Da haben wir auch noch Münzen Lol Freunde Wir werden hier richtig reich Das läuft ja mit der 100 Münz Mission So und nicht anders Muss das So da drüben ist ja eine Art Flipperautomat Der sieht irgendwie auch cool aus Ich meine es ist eher so Wippen Einfach so Wippen Aneinander gepackt Sieht aber auch cool aus Aber Cash technisch Ups Cash technisch noch nicht Die Menge Die ich für die 100 Münzen brauche Aber jetzt schauen wir erstmal Wo wir hinkommen Wenn wir hier hingehen So Den lassen wir erstmal schießen Genau Weil der muss da nämlich nachladen Tatsächlich Und wenn er nachlädt Dann können wir ihm geben So da ist auch nochmal ein Gangster Oh Der hat richtig viel Cash Da gehen wir jetzt gleich mal in diese Wippenbahn Ich nenne sie einfach mal so Yo Wie der einfach von oben da runter schießt Ups Der Arsch Aua Aua Aber irgendwie nehme ich keinen Schaden Ne Habe ich Habe ich irgendwas aktiv Dass ich keinen Schaden bekomme Ich meine ich Was ist denn hier los Ist das Spiel verpackt Oder kann ich Kann ich irgendwie Als Oh shit Doch jetzt kriege ich wieder ein bisschen Schaden Aber irgendwie viel ist es nicht Kein Schirm Aber ich will mich nicht beklagen Ich will mich nicht darüber beklagen Dass ich keinen Schaden kriege Da sage ich einfach nur Vielen vielen Dank So hier ist sogar der Stern Den ich machen muss Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Glück habe Dann kann ich sogar beim machen Diese Sterns Die Die 100 Münzen vervollständigen Das wäre natürlich eine 10 von 10 Wenn jetzt hier noch eine Münzenbahn Irgendwo kommt Aua Uh die machen mehr Schaden Shit Aufpassen Ja Ich brauche noch einmal Cash Da ist der Stern Das ist schön Aber ich brauche noch einmal Cash Mann Pssst Okay da ist gar nichts Verdammte Axt Bin ich jetzt wirklich so am Arsch hier Oh Okay vom Kakteen kriege ich Schaden Ja bin ich Freunde Das ist äh Schön dass ich hier bin Es bringt mir nur leider nichts Es bringt mir nur leider Absolut gar nichts Och wie ätzend Wie ätzend Das ist nervig Da unten ist Geld Schaffe ich es da unten Auf diese Plattform Ja schaffe ich tatsächlich So aber das Geld darf nicht in der Luft spauen Äh der 100 Münster darf nicht in der Luft spauen Wartet mal Dann düse ich jetzt mal hier rüber So meine Freunde Jetzt Jetzt kommt der Trick Ich weiß nicht Ob das Spiel mich Auf diesen fliegenden Inseln Resettet Wenn ich hier runterfalle Wo werde ich resettet Bei den Felsen Jawollo Das war tatsächlich mein Plan Also ich hatte eigentlich gehofft Dass ich vielleicht sogar ganz oben spawne Da wo der Stern ist Aua 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 Ich darf nur noch einmal getroffen werden Aber Der Plan Ist tatsächlich aufgegangen Das ist ja mal wunderbar Mal kurz die Runterfall Respawn Mechanik Mal kurz zu unseren Zwecken Nennen wir es Ausgenutzt Zweckentfremdet Ähm Zu unserem Vorteil Genutzt Ha 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 Coasting by With the Bullet Bill Mask Warte mal Da weiß ich glaube ich genau wo wir hin müssen Da bin ich nämlich da drüben Hier Oder warte mal Irgendwo wo ich den Bullet Bill bekommen hab Da war direkt so ein Bullet Bill Parcours Warte mal Oh genau war das Aber ich meine ich kann doch jetzt erst hier lang Na komm komm Düsen wir einfach mal mit der Lore Was soll's Dann bleiben wir einfach darauf stehen Dann geht es mir nämlich einigermaßen gut So die Frage ist nur Wo ich hin muss Ah Okay Da geht es in der Höhle Oh und hier sind die roten Münzen I see I see Dann wollen wir die doch mal mitnehmen Und hier wieder Besagter Soundtrack Der aus irgendwelchen Gründen Nicht verändert wurde Während alle anderen Soundtracks Eine Anpassung bekommen haben Ich find das Oh shit Oh boy Ich find das so ein cooles Detail Also was heißt cooles Detail Aber ein also Cool ist vielleicht auch Vielleicht too much Aber bemerkenswert Ich glaube bemerkenswert ist Hier der passende Begriff Oh sehr schön Und warte mal Ich erinnere mich noch im Stream daran Freunde da oben ist eine Red Coin Und ich weiß noch Dass ich im Stream probiert habe Da hoch zu kommen Und ja Das ist immer noch möglich Freunde Und ich will das immer noch schaffen Weil ich ansonsten nicht weiß Wie ich da hochkommen soll Let's go Also wirklich Ich weiß es nicht Ich hab beim besten Willen keine Ahnung Weil hier ist nichts zum Fliegen Hier ist auch keine Bullet Bill Mask Ich weiß nicht was der offizielle Weg ist Hier hoch zu kommen Aber Hier mit so einem Mit so einem Dreisprung funktioniert's Und dementsprechend Werde ich die Methode hier Definitiv wieder finden So da kommt die Lore Versuch mal drauf zu landen Schade Hat nicht geklappt Aber Dann machen wir jetzt Mal weiter So sehr gut No Oh das war zu hoch Okay dann punkten wir da oben Einmal an Und verlieren wieder ein paar Leben Oh boy Muss aufpassen ne Diese vier Leben pro runterfallen Das darf man nicht unterschätzen Dann nehmen wir einmal dich mit So da kommt der Wagen Und ich glaub mit dem fahr ich jetzt auch kurz Oder nee Oh shit Da hat mich das Momentum wieder umgebracht Wir müssen auch mit der Lore Die da steht glaub ich Bis zum Ende fahren Zack Weil Genau Die bringt uns Zur letzten Redcoin Wunderbar Und dann hätten wir Den Kollegen hier Auf jeden Fall Äh Auch schon mal Geschafft Jetzt muss ich nur gucken Wie ich da Rüberkomme Yes Oh shit Bam Und damit haben wir die roten Münzen geschafft Ihr seht es da vorne schon Freunde Ihr seht auch schon Dieses Seil aus blauen Flammen Das klingt oder sieht für mich auch sehr Nach einem weiteren Stern aus Und zwar ein Seilsprungsstern Odyssey lässt an der Stelle auf jeden Fall grüßen Da müsst ihr jetzt nur noch einmal die Lore finden Die uns wieder in diese wunderschöne Höhle bringt Und das müsstest du glaub ich gewesen sein So Während wir hier entspannt fahren Freunde Nehmen wir einen kleinen Sip aus unserem kalten Erfrischungsgetränk Hier in den An den immer wärmer werdenden Tagen Wir sind jetzt schon Anfang Juni Fühlt sich tatsächlich irgendwie noch nicht so an Dass es jetzt Schneider Juni ist Aber ja Wir sind Schneider am Anfang Juni Und dementsprechend Ist es wichtig auch immer Kalte schöne Getränke zu sich zu nehmen So Und dann wollen wir mal in die Oh boy Wollen wir mal in die Seilsprung Challenge rein Ich weiß gar nicht bis wohin ich kommen muss Wenn ich das noch richtig im Kopf habe Müssten wir hier glaube ich bis 30 kommen müssen Oder 25 Eines der beiden Lösungen Oder eine der beiden Lösungen Sehr gut Es wird natürlich von Mal zu Mal schneller Damit die Challenge hier auch weiterhin Bestehen bleibt So Jetzt wissen wir gleich Ob es die 25 ist Oder Ist es die 25 Oder die 30 Sehr schön Und es geht auch gar nicht mehr weiter Also es gibt auch keinen Secret Stern noch Bei 100 Wiederholungen Oder so wie in Odyssey Boah Wie lang ich gebraucht habe Um zu schneiden Wie diese 100 Wiederholungen geht Mittlerweile kriege ich das tatsächlich sehr gut hin Also Der Seilsprung Mond In Mario Odyssey Ist mittlerweile kein Problem mehr Da ist der Volleyball Mond Tatsächlich nochmal deutlich kritischer Der Der macht mir immer noch sehr zu schaffen Mental Der nervt mich total Den Den mache ich immer mit dem Mit dem Two-Player-Modus Ähm Damit geht das tatsächlich einigermaßen Aber Ich glaube Ich weiß gar nicht Ob ich das jemals Einfach als Mario Geschafft habe Keine Ahnung Also einfach wirklich Dann immer mit Käppi werfen Da wo der Ball landet Alles nicht so einfach So Hier Dieser Parcours-Freunde Der ist Für den Bullebel Und Das ist jetzt tatsächlich Dann relativ Herausfordernd Weil wir jetzt hier quasi immer Och ne Oh da kann man hängen Oh mein Gott Ich wusste nicht Dass man da Da hängen kann Okay Da müssen wir jetzt tatsächlich immer Wandsprünge Mit diesem Bullebel Von A nach B Düsen machen Was echt Crazy ist Na Nein Ich darf kein Wandsprun Ich vergesse mal Dass ich kein Wandsprung Machen darf Weil aus dem Wandsprung Heraus Können wir nicht Den Bullebel zünden Verdammte Axt Das ist ein bisschen ätzend Aber Naja Muss man wissen Beziehungsweise weiß man eigentlich auch Wenn man nicht so hohl ist Wie ich Sehr schön Wenn jetzt hier keine Let's grab Also dieses sich hinhängen Mechanik Wie sind wir das verätzend So Neuer Versuch Yes Das hat funktioniert Ah ne So ein um die Ecke Wandsprung Schon cool Na Wie dieser Bullebel aussieht Das ist so krass Dass dieser Mod Alles für Funktionen hat Das ist der absolute Wahnsinn So Und was ist denn jetzt noch Der letzte Stern Was fehlt uns denn jetzt noch Ah wo Warte mal Ich weiß nicht Bandit Beatdown Okay müssen Welche Banditen verprügeln Howdy Willkommen im Cowboy Canyon Okay Ja ne Das ist in Ordnung Ah da drüben Freunde Da drüben Oh verdammte Räuber Raiden die Tauen Okay Wir müssen einfach sieben Räuber kennen Oh boy Zack Aua Aber die machen nur einen Schaden Das ist Sehr entspannt So Der Sheriff ist wieder da Freunde Ihr gebt dem Sheriff Zwar gerade böse Muss ich sagen Aber Mit jedem von euch Den ich erledige Wird es für mich entspannter Und äh Die Kamera macht es mir Gerade nicht einfacher Aber Keine Sorge Ich bin auch ein guter Sheriff Auch wenn ich keine gute Kamera habe So Sechs von sieben Und du bist Der Letzte Jawoll Und damit wäre Der Canyon tatsächlich schon durch Also Die Welt war fucking cool Aber tatsächlich Sehr sehr kurz Also da Hätten die Missionen Gern noch ein bisschen länger sein können Wenn ihr mich fragt Aber es hat viel Spaß gemacht Und damit haben wir Die Safari Welt Oder die Savannen Welt Bis gesagt Heute abgeschlossen Und Noch die komplette Cowboy Canyon Welt Hinterher Beim nächsten Mal Freunde Werden wir uns dann hier Um dieses mysteriöse Haus kümmern Mal sehen was da dann los ist Und das wird ja mit Sicherheit In irgendeiner Art und Weise Eine neue Welt sein Bis zum nächsten Mal Euer Hübi Vielen lieben Dank noch An JT90PRL Hykris Ski Und Lux Arcadia Für eure riesige Kanalmitgliedschaft Ich danke euch Bis zum nächsten Mal